Jo, und weiter geht es... Möschchen, liebe Freunde! Wart mal hier, hier, du hast noch 22 Schuss für die 9mm. Ich tu die hier in die rechte Box rein. Da kannst du die dann abholen. Ich mach mir mal eben mein ganzes Gunpowder, Alter. Jo, ich mach mir mal eben... 7... Wood Planks mit dem einen, den ich noch im Inventar habe, mach ich mir dann das zweite Foundation. Jo, Alter. Weißt du, ich hab' ne Idee. Guck mal, lass mal hinten an unserem Zimmer noch ne Tür hinmachen, sodass wir dann durch unsere Zimmer durch nach hinten rausrennen können. Nö, ich mach's nicht. Nein, wir machen da ne Holz... Ja, okay, wär' vielleicht besser. Aber zum Beispiel bei ner Holztür hier, da siehst du ja nicht, dass da ne Holztür drin ist, außer du gehst ganz rein. Ich mach's trotzdem nicht. Ich hab' keinen Bock dafür, extra wieder eine Metal-Daw zu machen. Wie eine Holztür. Alter, gönn dir das ganze Gunpowder mal bei uns in der Kiste. Ja, ja. Ja, ja. Das so, warte, natürlich mein Gunpowder auch noch dazu. Scheiße, ich muss ja essen. Junge, 250 Gunpowder und... 84 so. Da sind auch dir deine 22 Schüsse drin. Achso, ja, warte. Moment, mal sehen, wie viele Pillars brauche ich. Eins, zwei, drei, vier. Vier Pillars. Vier Pillars für das angenehme Haus. Das heißt... Alter, wenn jetzt hier schon wieder jemand einbricht, Alter, hat er schon wieder schon viele Sachen. Ja, Mann. Vor allem für den Anfang. Okay, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden... Ich hab' ich nicht wohl. Ja? Ich hab' 1204 Holz. Junge! Übertreib. Warte. Geben wir mal auch etwas davon ab. Ey, wir müssen eine Werkbank machen, kannst du machen? Äh, ich guck mal, ob ich machen kann. Mal sehen, Workbench. Ich geb dir davon nichts ab, Alter. Ich brauch... Wir brauchen... Ist doch scheißegal, ich mach davon eh was für unser Haus. Oh, du brauchst deins immer die Länge. Ja, deins ist ja genau hier daneben. Ihr musst so eine Wand zwischen machen. Mach ich ja, ich stell dir ja gerade die Pillars auf. Mach mal ne Werkbank. Hab' ich gerade, die ist jetzt fertig. Stell die daneben in Furnace. Ja, ich weiß. Hier genau in die Mitte. Und dann rechts daneben kommt dann auch noch ein Furnace. So. Jawohl. So, jetzt mach ich mir nämlich erstmal... So, dann... Mal gucken, wo tu ich ein Fenster rein? Ich würd sagen... Hier hin, oder? Hast du schon ein Fenster? Nee, nee. Ich guck nach, wo ich das Fenster in meinem Zimmer hintun soll. Ja, komm, ich tu das da hin. Dann tu ich da Fenster hin, der Rest sind Wände. Dann brauch ich eins, zwei, drei, vier Wände und ein Fenster. So, mal gucken. Vier Wände. Guck mal, guck mal, guck mal am Eingang, da hab ich schon ein Fenster hingemacht. Warte. Das macht 16... Ding an, 16... Wood Planks. 16 Wood Planks, Quart. Wo hast du was hingelegt? Guck mal, am Eingang, da ist schon... Mach, sie es. Ich sehe es. Ich sehe es sauber. Ah, Mensch, Staff brennt ja immer noch im Ofen. Mal gucken. Gönnen. Oh. Oh. Weißt du, was ich mir jetzt gönne? Was? Einen Revolver. Das war so klar, ich mach mir den nicht, der ist unnötig, finde ich. Also, wenn man eine andere Knarre findet, der schluckt nur unnötig die ganze Amo weg. Ich finde den Revolver eigentlich trotzdem cool. Und man braucht mit dem scheiß Revolver 10 Schüsse, um einen Bären zu erlegen. Nimm ich lieber den Pfeil und mach den mit 3 kalt. Ja, ja. Ich finde das über die Verschwendung, also ich würde überlegen, ob du das machst. Hm, ja, warte, ich guck mal eben. Oh, das mache ich. So. So, ah, die Wände müssen jetzt fertig sein. Ah, ne, die Wände muss ich mir noch machen. So, Craft. Wie viele Wände waren das? Vier. Tja, weißt du, was ich mir jetzt mache? Was? Eine P250. Echt? Ja. Ich hatte 150 Metal Fragments und konnte mir davon 10 Low Quality Metal machen. Die habe ich mir dann gemacht, habe jetzt auf die nächsten 30 abgewartet. Und mache mir jetzt zwei Low Quality Metal und kann mir dann die P250 machen. Geil. So, P250, Craft. Neun Sekunden, acht Sekunden, sieben Sekunden. Erstmal im Moment haben, ein bisschen zur Seite. Hm, so vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde. Boom. Wie du auch übertreiben willst, einfach nur. Willst du Stress? Ich mach dir mit Gunpowder deine Ammonie. Willst du Stress? Junge, nerv ich mich. Du bist so dumm, Junge. Willst du Stress? Ich nehme schon mal die 9 Millimeter. Ey, geh mir mal jetzt auch ein bisschen, gib mir mal die 9 Millimeter Munition jetzt. Geh mir doch doch Gunpowder. Junge, gib mir die 9 Millimeter Munition. Und ich hab keine Metal-Fragments mehr. Muss ich überlegen, du meinst, ja, du willst Stress, also. Gib. Ja, aber wenn ich selber ein hab, gibst mir die wieder. Ja klar, die Hälfte. Ich hab dir alles gegeben, ne? Und erstmal holen, wie sie hier dran machen. Den Laserpointer mach ich nicht dran, weil die nur es leicht ist. Jetzt mach mal deine scheiß Woodwall hier hin. Mach ich ja, die müssten fertig. Ja, sie sind fertig. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Jetzt fahr ich noch ein Fenster. Sauber, und die erste Knarre bekommen. Nice, diesmal hab ich die als erstes. Jawoll. Jawoll. So, ich schmeiß mal mein Fleisch da rein. So, ich sortier grad mein Inventar ein bisschen. Ich mach schon mal ein paar Dächer. Mach. Also, die Dächer dauern einfach so scheiße lang. Ich weiß. Jawoll, und dann am nächsten Tag gehen wir mal richtig schön jagen. Jagen. Jagen, jawoll. Dann gehen wir jagen und aber in eine andere Stadt. Aber vorher halt in die ganz normale. Ja. Man findet, glaube ich, bei Tieren nicht mehr als Knarren, ne? Hm? Man findet, bei Tieren, glaube ich, keine Knarre. Ja, wenn schon Blueprints. So, ich hab grad aus dem, auf den Zulfur, nur mal 53 Gunpowder gemacht, die tue ich zu dem Gunpowder in die Kiste. Jo. Ja, voll, ich hab Dach. Sauber. Ich mach mir auch gleich, ich muss hier nur ein bisschen sortieren. Mal sehen, dass da hin, äh, Essen, kommt da hin, dann kommen diese Sachen, ah, nee, das muss da oben hin. Nee, Junge. So, da hin. Das... Ey, doch nicht das. Guck mal, unser Eingangsbereich ist auch schon überdacht. Hm, warte. Jawohl, sauber. Das Einzige, was mir nur fehlt, sind diese, äh, Sachen wie beim Minecraft, dass man fucking aufhängen kann. Ja, Mann. Das ist aber das Einzige und es ist ja auch ein bisschen unlogisch, dass die dann endlich lange brennen, deswegen. Ja. Also die Entwickler haben da schon saubere Arbeit geleistet. Ne, ich vergesse immer mich neben ne Workbench zu stellen, wenn ich irgendwas craften will. Ich finde aber, die könnten mehr an dem Spiel arbeiten. Guck dir mal an, bei Daisy, die arbeiten richtig krass an dem Spiel. Ja, ja, aber der Unterschied ist ja, dass bei Daisy die ganze Zeit irgendwelche Glitsch sind, so dass du möglicherweise aus der Welt oder aus dem Haus glitschen kannst. So, jetzt brauche ich nur solche Windowbars. Äh, zack, so, jetzt mache ich mir Windowbars, dann habe ich in meinem Zimmer ein hübsches Fenster schieren. Ich habe auch in meinem Zimmer ein Fenster. Jawohl. So. Windowbars. Vier, drei, zwei, eins, null. Sauber. Also in meinem Zimmer kommt auf jeden Fall keiner mehr rein. Dann schmeiße ich da schon mal meinen Schlafsack hin. Jawohl, ich mir auch. Der kommt hier so hübsch vors Fenster. Naja, vielleicht machen wir es so. Und daneben das Large Wood Storage. Ne, ne, nicht ganz daneben, sagen wir da hin. So, und dann mache ich mir noch ein Campfire für mein Zimmer, dass ich hier dann auch noch etwas Licht haben kann, wenn ich will. Jawohl. Jawohl, habe ich mir auch gemacht. Hm, gut. Jawohl, mein Zimmer ist gut. Jawohl, meins auch. Hm, zeig mal, ich schaue mir mal dein Zimmer an. Jawohl, coole Kurs. Du hast auch dein Fenster in diese Richtung gemacht. Ja. Schau dir mal mein Zimmer an. Guck mal, da kann man dann so richtig schön in das Zimmer gehen und dann lege ich mich in den Schlafsack und kann schön die Sterne angucken. Jawohl, cool. Mach mal ein Dach über dein Zimmer. Mach ich noch. Mal sehen, was der Ofen macht. Oh, der Snatch hat mit der Knarre. Hör auf. Okay, vertauschen wir das hier ein bisschen. Ungefähr so. Ja, ist das nett. So, mal sehen, warte, wie viele Däscher brauche ich denn? Zwei. Zwei. Jawohl, also unser Haus nimmt langsam Gestalt an. Jawohl, das tut es. Das heißt, zwölf woodplans. Jawohl, war es noch, als wir angefangen haben, wo wir uns erstmal dann so eine Pipe Shotgun und einen Revolver gemacht haben. So voll unnötig eigentlich. Ja, ja. Und dann so später die P250 etc. haben. Und dann die ganzen Sachen total vernachlässigt haben. Jawohl, ja. Obwohl, ich glaube, ich mache mir wieder eine Pipe Shotgun später. Ich auch, die ist eigentlich voll cool. Ja, ja, vor allem. Hallo zusammen. Vielleicht der Admin. Kann ich mir was von deinen Metal... Kann ich mir deine... Kann ich mir deine Metal Fragments nehmen? Nein, Junge, das sind meine Metal Fragments. Komm, bitte. Nur zehn. Na gut, dann nimm dir zehn. Jawohl, danke. Tja, ich bin halt nett, ich weiß. Und zwei Sailings. Jetzt hat mein Zimmer gleich ein Dach. Zack und... Zack, jawohl, mein Zimmer ist unterdacht. Soll mal sehen, wie viele brauchen wir hier noch. Eins, zwei, drei. Mach nur ein, ich bin gerade bei zwei zu machen. Okay, Marta. Ich mach. Jawohl, das ist unser Hausdach schon fast fertig. Ja, dann können wir auch, dann können wir ja, wenn es eins in der nächsten Nacht mit dem Treppenhaus anfangen. Jawohl, ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 und der Null. Ui, hier und zähling. So, wo ist denn das Dach? Wo ist denn das Loch im Dach? Hier. Ah, okay. Da war ein Loch. Ui, jawoll. Das ist ein geiles Haus. Und aus ist safe soweit. Der Mann saß es entgegen. So, genau. Und gut ist. Genau jetzt ist folgende Ende. Wenn die Folge hiermit kommt zum Eingang, stelle ich genau da, wo ich bin und die ihr unser Haus an. Jawohl, wir schießen, wir sind wunderschönlich. Das Bild verabschieden wir uns. Danke fürs Zusehen. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.